Es kann sehr belastend sein, narzisstische Wut zu erleben und gleichzeitig zu denken, dafür verantwortlich zu sein. Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen können extrem reizbar und wütend reagieren und sie neigen dazu, andere für ihre eigenen emotionalen Reaktionen verantwortlich zu machen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Emotional gesunde Menschen zeigen frühzeitig, dass sie mit etwas nicht einverstanden sind. Auch wenn sie frustriert sind, werden sie dies kommunizieren, bevor sich ihre Gefühle in Wut verwandeln. Narzisstische Wut hingegen brodelt unter der Oberfläche, bereit plötzlich und unkontrolliert auszubrechen. Was hat es mit narzisstischer Wut auf sich und auf was gilt es zu achten? Sicherheitshalber. Achtung. Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Frauen und Männer mit deutlich narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten und andere Fieslinge meist. Fieslinge. Für die Verständlichkeit vereinfache ich an einigen Stellen und erstelle dann eigene Beiträge, die sich diesen Aspekten genauer widmen. Narzisstische Wut verletzt. Ja, narzisstische Wut verletzt. Erschwerend kommt hinzu, dass Narzissten selten, wenn überhaupt, die Verantwortung für ihre Wut übernehmen. Stattdessen suchen sie nach Gründen, um ihr Verhalten zu rechtfertigen und projizieren das häufig auf andere, auf die sie wütend sind. Typischerweise den Partner, die Kinder oder andere Sündenböcke. Das verstärkt das Trauma der missbrauchten Person. In den Augen von Narzissten sind sie selbst immer die Opfer, nie die Täter, immer berechtigt, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, ohne Rücksicht auf die Folgen für andere. Auch narzisstische Wut hat ihren Ursprung meist in Verletzungen in der Kindheit. Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Tendenzen sind in ihren Beziehungen zwiespältig und sie suchen ständig nach der in der Kindheit vermissten Akzeptanz und Bestätigung, während sie gleichzeitig den Schmerz fürchten, wenn diese Bedürfnisse wieder einmal nicht erfüllt werden. Exklusive narzisstische Wut Kraniosen Narzissen sind geprägt von einem überdimensionierten Selbstbild, unrealistischen Ansprüchen und der ständigen Abwehr tatsächliche oder vermeintliche Bedrohung ihrer aufgeblasenen und damit zerbrechlichen Persönlichkeit. Die gegensätzlichen Pole von Überlegenheit und Verletzlichkeit von Narzissen äußern sich aggressiv in dominanter Arroganz, Empfindlichkeit und Kontrolle. Versteckte Narzissen leiden unter denselben Widersprüchen, die sich in passiv-aggressivem Verhalten wie Schuldzuweisung, Schmollen, Schweigen und Selbstmitleid äußern. Begrenzte Lernfähigkeit von Narzissen Narzissen haben nicht gelernt, Pferd zu spielen. Sie haben nicht gelernt, zu teilen, Kompromisse zu schließen, sich in andere einzufühlen und sich gegenseitig zu unterstützen. Sie lernen weder Verantwortung noch Großzügigkeit. Sie lernen, nicht bedingungslos zu geben oder zu lieben. Außerdem projizieren Narzissen. Narzissen übertragen ihr präventives Verständnis menschlicher Emotionen auf andere und sind unfähig zu erkennen, dass die Menschen um sie herum auf einer viel höheren Ebene emotionalen Bewusstseins- und Mitgefühlshandeln, als sie sich selbst dazu in der Lage sehen. Stattdessen gehen Narzissen davon aus, dass andere ihre überwiegend egoistischen Motive teilen, gleichgültig, ob diese versteckt oder offen zur Schau gestellt werden. Narzissen unterstellen anderen ihre eigenen unangemessenen Eigenschaften. Überempfindlichkeit Narzisstische Persönlichkeiten leben in einer Überempfindlichkeit, die sie auch auf andere übertragen. Ihr Gefühl der emotionalen Verletzlichkeit ist so intensiv, dass sie sich ständig vor befürchteten Demütigungen schützen. Alltägliche Misserfolge oder kleine Zurückweisungen, die wir alle ertragen, werden von Narzissen als erschütternde Angriffe empfunden. Kleinste Kränkungen im Leben können das Alarmsystem von Narzissen auslösen und zu Wutausbrüchen bis hin zu rachsüchtigen Reaktionen führen. Menschen im Umfeld von Narzissen erwärmt schnell eine eigene Form der Überempfindlichkeit, um Stimmungen von Narzissen frühzeitig zu erkennen und Wutausbrüche zu vermeiden. Das nähere Umfeld lernt, Narzissen zu beruhigen und Konfrontation und Eskalation möglichst zu vermeiden. Überempfindlichkeit und Vermeidungsverhalten sowie eine Vielzahl anderer lebender Emotionen, insbesondere in den Entwicklungsphasen von Kindern, führen fast zwangsläufig zu emotionalen körperlichen Folgen, die ein Leben lang anhalten können. Vorsicht vor Schuldumkehr Diese primitive emotionale Gewalt von Narzissen zu ertragen, ist schmerzhaft. Als wäre der Missbrauch nicht schon schlimm genug, geben sich viele Zielpersonen noch noch selbst die Schuld. Wer der narzisstischen Persönlichkeiten gelitten hat oder leidet, wird wahrscheinlich an sich selbst zweifeln und sich die Schuld für das geben, was Narzissen tun. Narzissen werden ihre Zielpersonen darin bestärken, dass diese bekommen haben, was sie brauchten und dass sie nichts Besseres verdient haben. Als Sündenböcke sind die Betroffenen letztendlich an allem schuld und die Schuldumkehr funktioniert leider erschreckend häufig. Wo auch immer wir auf unserer Reise durch das Leben gerade sind, mit oder ohne Narzissen, es ist wichtig zu verstehen, dass die Störungen, das Unglücklichsein und die Wut von Narzissen nicht unsere Schuld sind, lassen wir uns nicht diese Last aufbürden. Wenn wir verstehen, wozu Narzissen neigen, können wir Fallen vermeiden und bessere Entscheidungen treffen. Gibt es Erfahrungen mit Narzissen und deren unangemessenen Verhaltensweisen? Wie steht es mit Tipps und anderen respektvollen Kommentaren? Was funktioniert und was bisher nicht? Tauschen wir uns aus, unterstützen wir uns, machen wir uns Mut. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.